So, dann gucken wir uns jetzt London Bike Thieves an. Attack by Scooters, das ist von Royal Jordanian. Ist einer, der eigentlich ohne zu sprechen immer rumfährt und Sachen beobachtet und wenn irgendeine krasse Sache passiert, dann packt er das ins Video. Boah, der fährt eine Nuda und die Nuda klingt so brutal, also die klingt so geil. Boah, irgendwie sehen die schon ein bisschen scary aus, dass der auch einfach, Mittelfinger geht ja noch, aber du weißt auch nicht, was er hier in der Hand hat und sowas. Und mit so einem BMW-Roller rum, sowas passiert bei uns in Berlin oder in Deutschland gar nicht, oder? Dass irgendwelche Moped-Gangster dir auflauern mit dem Motorrad und versuchen deinen Schlüssel abzuziehen und dir das Bike zu klauen? Was haben die denn gerade für eine Aktion gebracht? Warum macht der so? Da versuchen sie ihn auszubremsen? Oh, da haben sie ihn auf den Helm geklopft, wa? Erstmal checken, erstmal im Spiegel checken, ob die Kamera läuft. Das ist erstmal das Wichtigste. My heart says follow, my brain says they carry knives, acid and other weapons, not worth it. Besides, I'm on the little Grom. Ach, der ist auf einer Grom unterwegs? Wie heftig laut ist denn die Grom, Alter? Aber die haben doch jetzt gar nichts gemacht, oder? Also, bis darauf, dass sie ihm Mittelfinger gezeigt haben und ihm eine Faust reingedrückt haben, aber es wirkte jetzt irgendwie nicht so, als hätten die versucht, das Bike zu klauen. Ist das auch noch einer von denen? Okay, also er macht da irgendwie so ein bisschen das System für verantwortlich, dass die Regierung das so ein bisschen runterspielt, dass da nichts ist. Ich habe die Intention jetzt nicht richtig verstanden. Haben die jetzt wirklich versucht, ihm das Bike zu klauen hier am Anfang? Guck mal, auch gar kein Kennzeichen dran. Fällt mir jetzt erst auf. Krass, dann ist er einfach nur ausgewichen. Heftig, Alter. Zum Glück gibt es sowas bei uns nicht. Bis zum Glück. Bis zum Glück. Bis zum Glück.